Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sunny Side of Life und zum neuen Video. Wie ich letzte Woche versprochen habe, gibt es diese Woche Solyanka. Das kochen wir mit dem Let's Show, welches wir im vorherigen Video gemacht haben. Wo die Solyanka ursprünglich herkommt, da scheiden sich die Geister. Es wird einerseits behauptet, dass es aus Russland kommt, andererseits wird auch gesagt, dass man in der russischen Küche Solyanka gar nicht findet und das ein typisches DDR-Rezept war. Man hat damals häufig altes Fleisch verwendet, Kotelett, Jagdwurst und viele weitere festere Fleisch- und Wurstsorten. Wir verwenden heute für unsere vegane Solyanka einmal Rostbratwürste von der Marke Veggie Ness. Dann haben wir noch passierte Tomaten, das Leccio von letzter Woche, Gurkenwassersud, die Essiggurken an sich, rote Zwiebeln, hier noch relativ groß geschnitten, die fallen allerdings beim Kochen auseinander, geschmacksneutrales Öl, Tomatenmark, Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Wir legen los, indem wir das geschmacksneutrale Öl in einem weiten Topf erhitzen. Sobald das Öl heiß genug ist, geben wir das Tomatenmark hinzu und rösten es vorsichtig an. Im Anschluss düzen wir die Wurstscheiben hinzu und braten das Ganze so lange an, bis sie eine goldbraune Farbe haben. Als nächstes geben wir dann die Zwiebeln dazu und braten diese ca. 2-3 Minuten lang mit. Nicht zu lang, sie sollen nicht glasig und auch nicht ruhig sein. Das geschieht aufgrund des langen Kochvorgangs von alleine. Als nächstes geben wir die Gewürzgurken hinzu. Die könnt ihr entweder relativ fein schneiden oder relativ grob. Ich habe dazu allerdings schon eine Anekdote parat. Es soll Menschen geben, die sich darüber beklagt haben, dass Gewürzgurken angeblich schon zu groß geschnitten waren und man daran ersticken könnte. Ich meine, wer kennt das nicht, den allseits bekannten TDG Todwürste-Gewürzgurke. Okay, weiter im Text. Wenn ihr frische Tottenkast verwendet, dann kommen diese jetzt auch noch hinzu und zudem ca. 200 Milliliter Gewürzgurkensut. Das Ganze wird jetzt kurz aufkochen gelassen. Im nächsten Schritt geben wir die passierten Tomaten dazu. Unsere Gewürze geben wir jetzt auch noch dazu. Einmal das Salz, den Pfeffer und das Paprikapulver. Das wird jetzt einmal durchgerührt. Wenn man wie in meinem Fall Leccio-Gemüse dazu gibt, dann kommt das jetzt mit rein. Hebe das Ganze unter. Je nach Geschmack mit weiteren Gewürzgurkensut aufgießen. Wenn man Leccio-Gemüse verwendet, vielleicht etwas weniger, weil es ohnehin schon sauer ist. Wenn ihr frische Paprika verwendet habt, gerne etwas mehr. Und das Ganze lasst ihr jetzt 60 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, abgedeckt mit einem Deckel. Ab und zu umrühren solltet ihr natürlich nicht vergessen. Zum Ende des Videos noch ein paar Informationen zur Soljanka. Es gibt wohl verschiedene Sorten. Je nachdem, ob es mehr Fleischanteil enthält, vielleicht auch mehr Fischanteil oder mehr Pilzanteil, wird die Soljanka entweder Fleisch-Soljanka, Fisch-Soljanka oder Pilz-Soljanka genannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Gemüsevariante gibt, die entsprechend Gemüse-Soljanka dann heißt. Damit die Soljanka ihren typischen säuerlichen Geschmack entfalten kann, lässt man sie theoretisch bis zum nächsten Tag gut durchziehen, was aber kein Muss ist. Zu Soljanka wird übrigens gerne auch noch etwas Creme Fraiche, saure Sahne oder Schmand gereicht. Das mildert beim Essen den säuerlichen Geschmack etwas ab. Ich habe mich hier für eine fermentierte Bio-Soja-Alternative zu Sauerrahmen entschieden, damit es eben vegan bleibt. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn ihr das Video mögt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.